david king aber der soll wohl sehr gut sein also der eine so ein engländer hat das erklärt dass der dinge genommen hat aus irgendwelchen gründen oh mein gott werde ich es schaffen werde ich jetzt das erste mal aus eigener kraft entkommen ich sag mal einfach nein ich wollte dich aufheizen was machst du gehst mir hier einen vor oder was ich hoffe man diesmal nicht nur 2000 punkte kriegt schrottplatz ok ich bin neben dem russen hier gehen wir lieber alleine ich habe direkt den killer bei mir ja geil ich habe mir gleich dann seid ihr doch nahen lenk ihn ab lenk ihn ab scheiße er sucht welcher killer welcher killer der sieht scheiße aus auch der scheiße das ist der mit der säge in einem generator ja ich auch gerade zwei max blöd ich jetzt und immer die zweite taste drücken dann geht schneller ein clown ist es das die jetzt habe ich mir extra nicht gut damit ich den ich kriege wieso den hast ja nur du du bleib doch mal hier ist ein generator aber sehr sehr offen keine ahnung wo ihr seid hier nein hast du den bei dir ja ja lauf nicht zu der weißen hütte egal was du machst nicht zur weißen hüterin ich habe gleich den ersten generator scheiße also der typ liegt er erwartet extra darauf ja sagt mir auf jeden fall wenn er weg geht ich lasse den mal nein oh leck mich am arsch ja ja er hat ne er hat ne genommen einen habe ich oh ja du bist links von mir ich habe dich im blick hier ist noch einer kommen wenn du zur weißen hütte gehst die ist ein drittel gemacht hier ist noch einer zu mir hin ein stück weiter hoch ich hole erstmal den typ vom haken hier ja dann mach das mal ey was hat der denn gemacht der hat sich versucht zu befreien oder was ey oh ist der blöd aber er hat mich oh scheiße sagt dann nicht zur weißen hütte ich hab nur noch ein viertel zu machen ich hab einen er hat mich was ist denn hier eine weiße hütte scheiße scheiße der ist explodiert am ende ach die hütte ist das die killer hütte ist da eine treppe nach unten keine ahnung aber der ist durch der ist durch ein generator ich bin bei dir ich bin bei dir er hat mich weiß ich gar nicht fuck ey das ist die killer hütte ja wir müssen hier raus ist irgendwas am rauchen dann wissen die jetzt ich seh dich nicht äh ich bin hier entlang gegangen weg von der hütte zu dem ausgang da oder äh ja an der hütte vorbeigegangen oh hier ist noch einer was generator ja ich bin dabei also geh nochmal zur hütte und geh dann auf der seite wo der generator war einfach geradeaus zur wand also in die hütte rein meinst du? ne ne außerhalb einer hütte wo du deinen generator hier ist der ausgang ja da ist der ausgang und da bin ich und hier ist der killer also komme ich mal nicht zu dir hi hi oh ja ich hab den killer ein bisschen was bisschen was abgezogen ich hab ihn geschlagen hilfe du rennst glaube ich auf der anderen seite oder ganz innen rum ah ich bin in aua scheiße aber ich hab den generator halb du musst zum generator der bringt mich weg du musst den generator festmachen schack aber wo bringt der dich hin das ist die frage was hast du gesagt generator drin oder draußen geht draußen nicht in der hütte von der hütte zurück zum tor zum ausgang da ist so ein schrott am hauspunkt da ist der generator ach auf der anderen seite der bleibt grad bei mir der achten ist aber ziemlich offen hier aber der sag bescheid sag bescheid das ist der wo ich eben weggelaufen bin ja der will mich jetzt geht er in richtung von papa scheiße ich bin fast fertig mit dem generator der braucht glaube ich noch ein bisschen mehr da nein er kommt wieder zu mir ja oder er geht in richtung von segle ne er ist bei mir wieder aber der rettet mich noch ne ja ich komm sofort zu dir ich bin fast fertig also er hängt noch bei mir rum denk mal wenn du ihn fertig hast dann sieh das ja dann geht er dahin und du musst auch schon rum ja bist du fertig? irgendwas hat er nicht erzählt gerade also er ist vorbei ist fertig der geht zu dir in deine richtung ah ne doch nicht meiner ist auch fertig meiner ist fertig hier ist auch der ausgang noch ich muss kämpfen ich muss kämpfen wo ist er bei dir? Hilfe ist er bei dir? ähm ja 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 ich mein der typ ist ja bei dir ja erst bei mir direkt auf der Seite von er steht direkt vor mir also eine müsste ihn ablenken und der andere könnte mich holen also ich kann ihn ablenken komm scheiße ja ne ich ok Silke komm Silke komm er geht in der Power her oh danke ja er hat mich er hat mich scheiße er hat mich holen mich bitte er macht mich alle ja komm hier hin kann er nicht achso sind oh 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 wir haben es gesehen kommen wir hier weg ah ne er hält mich da auf scheiße wo bist du? wo bist du? ich hänge bei da wo die ah ja ne ich hab ihn wir haben aber nur noch einen generator müssen wir den noch machen oder? ne der ausgang ist noch nicht offen wir müssen den einen generator noch machen also ich hab zwei zwei oder drei hab ich gemacht also er wartet hier bei mir ne er wartet ja scheiße scheiße jetzt hast du mich abgelenkt man er steht direkt neben mir hol ich gleich warte ich kann es selbst machen ich bin ja gleiche klasse also noch bleib ich ziemlich viel leben aber er schwitzt mich immer auf hier da falle ich auch den der kann dir keinen schaden machen ja doch es ist aber ging aber schneller runter geht nicht schneller wieso hast du jetzt schaden er ist da scheiße ich ich komm zu dir ich lenk ihn ab hol ihn auf dem Weg oh scheiße und das war der falsche oh ich seh nichts mehr fuck eingeschränkte sicht ist hier gar nichts Silke Silke sollen wir den generator machen oder dich holen er hat mich er hat mich mach erstmal den generator ok dann können wir ihn abfahren wo ist der der eine er steht noch bei mir er will mir irgendwas drüber kommen keine ahnung wie ist der ekelhaft er wartet darauf dass ich mich erhole jetzt hat er mich hochgehebt hochgehebt genau er kommt drüber zu ne 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 in eure richtung pass auf er will mich bei euch irgendwo aufhängen der ist jetzt am bus ah hier ist ein haken ja scheiße sag mir nicht so kurz vorher NEIN ich hab nur noch so wenig gehabt der geht ne ne bleibt hier er bleibt hier noch weiter wenn ich den mittelfinger zeigen könnte würde ich es tun Arschloch komm 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 lass euch Zeit lass euch Zeit noch nehmen ein viertel steht da noch oh warte was her kommt zu euch er kommt zu euch weg 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 das machen wir ne warte stopp er kommt zurück er muss euch doch sehen ne doch wir machen ein tor auf und dann holen wir sieke ja komm was machen er kommt zu euch er kommt zu euch er kommt zu euch dann mach du das tor auf ich hol sieke ja er kommt direkt in deine richtung ach ich bin gleich auf halb Achtung Nils er kommt zu dir ich seh ihn scheiße er hat mich mit Gas irgendwie voll gemacht ja dass du nicht siehst ne das hatte ich auch oh ne ich werde sterben wie du willst sterben er ist so nah an mir komm komm ich komm in eure richtung achso dann mach die Tür auf dann musst du woanders hin ich kann die Tür nicht aufmachen ich bin tot ja du nicht wie du bist tot ich bin tot ihr müsst zur Tür rennen die ist fast offen ja ja warte mal erholt er dich bist du ja er hat mich auf der Schulter scheiße was machen wir denn jetzt oh der kommt links rum pass auf oh nein er hat mich aufgehangen scheiße na gut dort hat er mich gesehen haben gar keine Punkte ja dich hat er jetzt gesehen danke jetzt hast du ihn voll auf meine Spur geführt ja ich leck ne Acht damit du rauskommst rennt zur Tür einfach rennt da hin ist egal ob er ob bei euch hinterher kommt er kann euch nicht zu tun ja er kriegt sowieso mich egal er rennt einfach zu der Tür die ich angefangen hab ja er hat mich er leckt mich am Arsch ey scheiß fuck Spiele echt aber das ist die Tür ja gut er mich im Heimband ja ja aber ich bin nicht an der Tür nicht an der Tür doch dann kannst du durchlaufen direkt Papa schafft es nicht komm mach ist der schon mal aufgehangen ach du bist schon tot scheiße ich wollte dich eigentlich holen naja du kannst mich nicht holen und er ist doch tot rennt durch die Tür ja nicht ja geh einfach da durch fuck äh es war jetzt aber ein Sieg mit äh oh ne Errungenschaft mit sehr sehr fadenbeigem Geschmack oh ich komm gerade noch zu deinem Tod rein ich bin wieder draußen oh man ich wollte euch beide eigentlich noch retten aber ich hab jetzt nicht dran gedacht dass du so schnell schon daumen bist dann oder warst du instant tot ne Papa ist gestorben ne Papa ist gestorben hast du auch wieder gemacht ach fuck ich meine ich freue mich dass ich mal raus gekommen bin das erste Mal aber ja es ist halt ein sehr sehr fader Beigeschmack oh ich bin mal auf 19 runter seht ihr das ich bin auf 19 der doofe ich bin auf 18 ich bin auf 18 und ich darf sogar mein Köfferchen behalten ich bin auf 19 ich bin auf 19 ich bin auf 19 und ich bin auf 19